Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem eher schlechten Thema, denn Star Stable hat alle Tester darüber informiert, dass die Charakter-Beta definitiv verschoben wird. Ihr habt es vielleicht alle mitbekommen, dass die Charakter-Beta am 23. eigentlich geplant war, also in schon fünf Tagen. Doch jetzt hat Star Stable leider an alle Leute eine Mail geschickt, die beteiligt gewesen wären und hat ihnen ganz klar gesagt, das wird leider so nicht funktionieren. Denn sie haben gesagt, die Beta wird verschoben. Und sie haben gesagt auch, warum das so ist, denn sie möchten das bestmögliche Ergebnis für die Spieler bereitstellen. Und deswegen sagen sie, dass die Beta-Phase jetzt deutlich näher am Global Release sein soll. Das heißt jetzt im Umkehrschluss erstmal nicht direkt, dass der Charakter-Release für uns alle verschoben wird. Es heißt erstmal nur, dass die Beta-Phase näher am Charakter-Release sein soll. Also das heißt sozusagen, wenn wir davor gesagt hätten, als Beispiel im Mai kommt der neue Charakter, dann hätten wir sie jetzt testen können, so im März, und haben dann noch ein bisschen Zeit daran zu arbeiten. Jetzt hat sich Star Stable aber entschieden, dass die Charaktere noch einmal überarbeitet werden und wir zum Beispiel dann die Beta-Phase eben einen Monat vorher haben. Also zum Beispiel dann im April. Das wäre jetzt ein Beispiel. Also laut der Mail heißt es, dass sie eben nicht direkt den Charakter-Release verschieben, denn sie schreiben nämlich wortwörtlich, with the intention of offering our original testers the chance to try it out at a later date prior to global release. Also sie sagen ganz klar, das was ich euch eben gesagt habe. Wir möchten, sie möchten den Testern die Chance geben, die Charaktere zu testen, näher aber am finalen Release dran. Dann weiter schreiben sie auch noch, we can't wait to share more about the new player character in the coming months and to ultimately have you all experience it for yourself. So, soweit erstmal. Den letzten Satz geben wir gleich darauf ein, weil der doch noch recht wichtig ist. Was wir hier jetzt schon mal sagen können ist, wir haben ganz klar daraus rausgehört, dass es sich nicht um ein bisschen, sondern um einen erheblichen Zeitpunkt verschiebt. Denn Star Stable schreibt ganz klar, sie können nicht darauf warten, uns, sie können es kaum erwarten, uns innerhalb der nächsten Monate mehr darüber zu erzählen. Das heißt, der ursprüngliche Plan, der uns als Tester so mitgeteilt war, so, ja hier, wenn das alles passt, dann kommt es ziemlich zügig danach raus, scheint ganz schön nach hinten verlegt worden zu sein. Denn, wenn wir jetzt erst die Beta innerhalb der nächsten Monate haben, dann kann das natürlich ganz klar heißen, dass wir auch mindestens natürlich noch Monate warten müssen, bis dann natürlich die Beta durch ist und dann auch nochmal zumindest vielleicht einen Monat oder ein bis zwei Wochen, bis dann der Release da ist. Also, es scheint noch eine ganze Weile sich zu verzögern, was natürlich auf alle anderen Updates einen riesigen Einfluss hat. Denn, Star Stable hat ja am Anfang des Jahres gesagt, das oberste, die oberste Priorität dieses Jahr ist das Charakter-Rework. Und sie arbeiten an den anderen Sachen, wenn das alles durch ist. Das heißt natürlich auch, je später das Charakter-Rework kommt, je mehr Updates, die für dieses Jahr geplant sind, fallen dadurch dann eben weg oder werden deutlich weiter nach hinten verschoben. Kommen wir aber auf den letzten Satz und das, was so ein bisschen zusätzlichen, ja, wie sagt man, Negativpunkte mit reinbringt. Denn Star Stable hat im letzten Satz darum gebeten, dass sie weiterhin in Kontakt mit einem bleiben können. Und Star Stable hat ganz klar, jetzt kommt es nämlich, Star Stable hat gesagt, dass sie die Erlaubnis für weitere vier Monate benötigen. Wir kennen alle Star Stable so ein bisschen. Meistens nutzt Star Stable ihre Zeit doch sehr stark aus. Das heißt, zwei Dinge können wir aktuell sagen. Die Charakter-Beta wird sich um Monate verschieben und sie wird aber innerhalb der nächsten vier Monate sein, denn ansonsten hätte Star Stable sich definitiv ein größeres Zeitfenster gegeben. Im Normalfall lässt man sich als Unternehmen immer so ein bisschen Luft nach hinten raus und sagt jetzt nicht, okay, wir planen aktuell die vier Monate auszunutzen, aber sie lassen sich so diese Zeit. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und ich wüsste nicht genau, wie lange es dauert und ich plane mit ungefähr drei Monaten, würde ich auch vier sagen, einfach nur um sicher zu gehen. Da sie generell Monate schon sagen, wird es also damit mehr als zwei sein und deswegen tippe ich darauf, dass sich die Charakter-Beta um drei Monate verschieben wird, im Bestfall. Und im Worst Case, Star Stable hat es ja zugegeben, wären es vier Monate. Wenn wir jetzt mal auf den Kalender gucken, dann haben wir jetzt den März, dann April, Mai, Juni und dann halt den Juli. Das heißt, die Charakter-Beta würde sich sozusagen bis in den späten Sommer, also bis zum nächsten großen Event, also bis zum Regenbogen-Event dann ungefähr, verschieben eher sogar danach. Also könnte man dann ungefähr damit rechnen, dass es vermutlich so nach dem Regenbogen-Event dann kommen sollte, zumindest die Beta. Wenn man dann davon ausgeht, dass das Charakter-Update wiederum ungefähr nochmal einen Monat mindestens danach kommt, dann wird das schon ganz schön spät. Dann sind wir nämlich schon langsam am Ende des Jahres angekommen, weil dann wären wir schon im August. Und dann haben wir gar nicht mehr so lange Zeit dieses Jahr für noch irgendein anderes größeres Update. Wie sehr das jetzt Einfluss haben wird auf alle Updates, die jetzt in diesem Jahr noch gekommen wären, kommen sollen, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich vermute schon, dass es nicht so ganz unerheblich ist für die anderen Updates dieses Jahr, sodass man sagen kann, okay, Updates, die jetzt in denselben Bereich fallen. Wichtig ist natürlich, Updates im selben Bereich. Was meine ich damit? Quests zum Beispiel sind ja in einem anderen Bereich. Also das Team, was Quests macht zum Beispiel, ist ja nicht in diesem Update-Team. Aber solange wir dieses Update nicht durchhaben, können wir vermutlich nicht mit großartigen anderen Reworks oder Gebiets-Updates rechnen, je nachdem wie lange, wie viel Star Stable an Ressourcen dafür investiert. Man kann natürlich immer sagen, okay, zwei, drei Leute arbeiten noch, damit wir noch ein Gebiets-Update haben, sowas in der Art. Aber definitiv wird dieses Update eben mit seiner großen Relevanz, also mit seiner Wichtigkeit für Star Stable ganz, ganz oben dastehen. Und es kann sehr gut sein, dass dadurch einige Sachen verschoben werden. An sich kann man sagen, dass es gut ist, dass Star Stable ja von vornherein gesagt hat, das wird die Final Beta werden. Also das, was sie uns jetzt damit zeigen, ist das, was auch so dann ins Spiel kommen wird. Und wenn sie damit aktuell nicht zufrieden sind, ist das gut, dass Star Stable sagt, okay, wir zeigen das euch noch nicht, weil es eben so für uns noch nicht gut genug ist. Ich glaube, der Herbe, der Negativpunkt ist auch nicht unbedingt, dass die Beta verschoben wird, sondern dass sie so oft schon verschoben wurde. Wenn wir mal zurückdenken, ist das ungefähr jetzt schon vier Jahre in der Mache, denn wir hatten zuerst einmal das Charakter-Rework, was geplant war. Dann hat das Star Stable aber überhaupt nicht gepasst, weil das erste Charakter-Rework war nämlich damals so geplant, dass die Charaktere nur leicht upgedatet werden sollten. Doch dann hat das Star Stable mehrere Zuschriften bekommen und die Leute haben sich mehr Diversität gewünscht, also andere Charaktertypen. Zum Beispiel das erste Charakter-Update war so geplant, dass die Charaktere weiter in diesem Stil hier blieben, also auch weiter in diesem eher schlanken Stil. Doch dann wurde sich von vielen Seiten her anscheinend, so wurde es zumindest kommuniziert, auch andere Optionen gewünscht. Also andere Hauttypen, andere Gewichtstypen, andere Bodytypes eben. Das wurde sich gewünscht und dann hat das Star Stable ihr komplettes Jahr, was sie in der investiert hatten, für umsonst gearbeitet, da sie komplett von Null an angefangen haben. So ging das erste Jahr des Charakter-Reworks hin. Danach haben sie an vielen Dingen gearbeitet und haben oftmals Sachen verworfen, die so nicht gepasst haben und sie mussten häufiger neu anfangen. Und das ist genau das Problem, dass Star Stable durch ihre Engine selber sie sehr, sehr viel testen müssen. Wenn sie wüssten, wie gewisse Dinge funktionieren, wäre ein Rework eine Sache von wenigen Wochen. Da sie aber alles neu testen müssen. Und wenn jetzt zum Beispiel einer im Büro sagt, ja, wir hätten gerne, dass der eine Bodytype halt da und da noch überarbeitet wird, dann muss erst getestet werden und zwar viel getestet werden. Weil das ist eben genau das Problem, wenn man seine eigene Engine schreibt, dass man sich nirgendwo Hilfe holen kann und alles für sich selber testen muss. Das ist genau das große Problem, was Star Stable damit hat. Deswegen verschieben sich auch Updates immer in unbestimmte Längen, dass Star Stable natürlich nie sagen kann, wann so dieser entscheidende Geistesblitz kommt, der dann sagt, ach, genau, so wollten wir das eigentlich haben. Von daher, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, zu der ganzen Sache. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nochmal das Ganze zusammenzufassen, kann man sagen, vermutlich wird sich die Beta um ungefähr drei Monate verschieben. Definitiv aber um eine ganz schöne Weile. So hat es zumindest den Anschein, was ich aus der Mail rauslesen kann. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020